Also, die Hose ist so, ich freue mich, dass die neue Gehäuser sind. Also, was sind wir da machen? Die Hüße der Bayern, du schaust das. Der ist ja direkt von meinem Weg. Ich bin, äh, durchweg gemischt. Schau, ich schüttere dich. Einmal in die Zukunft. Grüß dich. Eine, die wir noch mit dir haben. Ja, am besten gesagt, eigentlich crufer. Ja, das müssen wir das machen, wir müssen was. Ja, das ist doch schon eine ADHD. Ja, das ist mal ein bisschen. Wir haben, wir haben hier wieder AN, indem wir mal was schicken, könntest du es nun? Nein. Ja, natürlich, wir haben auch eine gute Frage, ja. Ein Kreisatz zunehmen. Ja, ja. Und du schickst dich immer ein L kampfen. Wär mal keine Beiqualität. Da muss ich sofort frage. Also das Beste ist, der hat die Gesichter so genau am Klappen. Ich schau gerne noch. Alle lachen schon wieder. Auf der Suche ist halt auch die Beste. Ach so. So. Was willst du da hinschreiben? Nur die Nummer, nur die Nummer. Nur die Nummer. Das ist Wunsch, das ist Wunsch. Ja, nur Wunsch. Und wo wir vergessen. Die Beste. Die Beste. Die Beste. Die Beste. Ja, erzähl mal. Und jetzt liegt es noch mal. Ja, ich weiß noch mal, was ich da bin. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry.